Hey Leute, mein Name ist Epic Sun und mit dabei ist die Awesome Elina, die Kata und der Dr. Banks. Wir haben hier zwei Seiten, die Kata ist mit mir in dem Team und die Awesome Elina mit dem lieben Dr. Banks. Und wir werden jeweils eine Base bauen und dann mit unserer coolen Kata und Epic Sun Armee gegen die Dr. Banks und die Awesome Elina Armee kämpfen. Ich schaue mal hier in die Kiste und wir haben hier ganz ganz viele coole Blöcke und eine richtig richtig gute Rüstung. Und Kata, wir müssen eine richtig richtig gute Base jetzt bauen. Oh ja, okay warte mal, was haben wir denn? Okay, ich nehme mal die ganzen Blöcke hier mit raus, du kannst deine auch mal mit rausnehmen. Oh ja, warte. So, und die Spitzhacke natürlich. Wisst ihr schon, was ihr baut? Nee, doch gar keine Ahnung. Aber wir haben übelst viele Materialien. Okay Kata, was machen wir? Okay, warte mal. Ja. Ja, dann legt man. Ähm, wir machen eine Höhle. Eine Höhle? Ah, das war so sehr schön. Bau einfach was, wir sollen es nicht sagen. Okay, 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 ich bau einfach drauf los. Okay, Kata, du... Okay, einfach drauf losbauen. Nein, nicht so. Och Mann. Okay, wir setzen... Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Warte mal, ich hol mal ein paar NPCs vielleicht. Okay. Wir machen eine kleine Überraschung für die beiden. Warte, warte, du weißt, was ich meine? Wenn wir alle hier in Warnkopf... Und man darf echt nichts sagen, die hören halt komplett mit. Oh, okay. Das siehst du gut. So, zack, zack. Ah, nein. Nein? Ja, ich weiß nicht. Doch, das ist perfekt. Die haben gar keine Chance. Also ich weiß, was wir sonst bauen könnten, so. Ja, bau du einfach mal. Ich baue einfach mal, ja. Warte, ich spick mal ein bisschen Kata, okay? Okay. Oh. Oh. Hallo. Na? Ich hab jetzt alle NPCs von mir mit dabei. Oh Gott, die Arme. Das ist ja ein bisschen eng hier drin. Aber Moment mal, baust du... Ach, du baust hier nochmal was hin? Ja, ich baue so ganz viel. Weißt du, schweig? Ach so. Und dann warte, und dann hier auch nochmal so ein Ding? Ja, ja, ja. Oh. Ja, ja, cool. Na klar. Ja, okay. Ja, richtig nice. Die haben ja gar keine Chance gegen uns. So, dann machen wir... Warte mal, wie hast du das hier gebaut? Ach, ich hab das jetzt nicht so ernst genommen mit der Symmetrie, ne? Also... Was? So, zack, zack, zack. Und dann, du baust da nochmal eins hin? Ja, ja. Oh Gott, okay. Ist doch klar. Okay, okay. Dann baue ich hier schon mal die Wände hoch. Oben drüber kommt dann auch noch eins. Oh, okay, okay. Okay, Leute, wir sind hier eigentlich schon relativ weit mit dem, was wir gebaut haben. Ihr seht schon, wir haben hier so... Na, ich darf jetzt nicht so viel sagen, aber ihr seht das schon, Leute. Und ihr seht auch schon, was hier drinnen ist. Lina, wir brauchen mehr Flatscreen-TVs. Was? Habt ihr Flatscreens da hingesetzt? Das ist ja cool. So, ich mach hier auf jeden Fall die Mauer noch ein bisschen höher, würde ich sagen. So, dann ziehen wir das hier anders noch hoch. Stopp. Ja, das ist echt cool. So hast du das wirklich noch nie gebaut. Nee, es ist halt verwirrend. Deswegen ist das ganz nice. So, dann ziehen wir die Mauer hier hoch. Oh, warte, aber hier möchte ich freilassen, weil... Komplett? Da, ja, weil... Da ist ja der Eingang dann, weißt du? Ja. Und das erste, worauf alle hinlaufen... Ah, okay, okay, das ist gut, das ist gut. Ja, ja, stimmt. Genau. Okay, Leute, wir sind eigentlich schon relativ weit jetzt mit unserer Base. Und ihr seht schon, hier sind so, so viele Epics da. Und so, so viele Carters. Das ist richtig cool. Und vor allem... Warte mal, hab ich noch Blöcke? Ja, perfekt. Ich baue mich mal ganz kurz hier rüber. Und ihr seht hier schon, Leute, was hier im Innenhof steht. Oh, mein Gott. Carters, ich glaube, das sind viel, viel zu viele. Wie sieht's denn bei euch aus, Ben und Elina? Sehr gut. Wir sind auch fast fertig. Oh Gott, hier brennt grad was. Oh, okay. Ich bin echt sehr, sehr, sehr gespannt. Okay, warte mal, sollen wir hier noch was hinbauen? Ähm, sollen wir? Ich weiß es nicht, wir haben, glaube ich, eh viel zu viel, oder? Ja, das kann sein. Ich glaube, wir sind schon fast fertig, tatsächlich. Ui. War das bei euch? Das war bei uns! Wie, das war bei uns. Ist bei uns... Die brennen bei uns, Carters! Ajo. Was ist denn hier los? Ajo. Warte. Unser... Hä? Alter, ich... Oh! Oh, du treffst schon! Hilfe! Ja, weil da ein Loch ist. Hä? Was ist denn hier los? Ja, lo, nein! Die kommen hier schon rüber! Fehlala! Oh nein, wir müssen das Loch schließen! Ich hab's Loch geschlossen. Oh, sehr gut. Oh, hier ist noch ein Loch links. Ja, ich... Ich geh keine Blöcke hier rein. Ich hab's. Oh, sehr gut, danke schön. Okay, Kata, ich komm mal zu dir. Wir sind eigentlich jetzt schon bereit mit unserer Base. Wie sieht's bei euch aus da drüben? Ja, wir sind ready. Okay, seid ihr auch ready? Oha, Kata, schau dir das mal an. Ich glaub, wir haben ihn komplett übertrieben. Es sind viel zu viele NPCs, glaub ich. Okay, dann würd ich sagen, wir machen da vorne mal ein Loch rein. Und dann kämpfen wir gegeneinander. Ja! Oh, die ersten kommen schon rüber, Kata. Die ist ganz schön schwerfällig, bis sie mal sich in Bewegung lassen. Oh mein Gott, schau dir das mal an. Au. Und es leckt. Oh, jetzt geht's los. Es sind viel zu viele. Warte, Kata. Wir holen uns... Die passen nicht durch das Loch in die Nadamne-Figur und sind zu dick, ey. Wir essen den goldenen Apfel und tschüss. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein... Oh Gott, Kata, schau dir das mal an. Hilfe! Nein, oh mein Gott, das will ich da nicht hin. Oh, die rennen alle zu uns rein. Schau dir das mal an. Oh, okay, einfach abschießen. Ja, es sind viel zu viele. Es sind echt viel, viel zu viele. Und keiner geht in die Falle. Nein, stimmt. Wir haben ein paar. Ich... Ich kämpfe mich hier durch. Ach du... Oh, hallo. Ui. Ich bin drüben, Kata. Oh, erst mal golden Apfel. Oh Gott. Es ist... Es leckt echt ein bisschen. Aua. Oh, oh. Oh nein, nein, nein. Die kleinen Banks und Außendieners greifen mich an. Oh, Hilfe. Ich muss hier weg. Tschüss. Hey, wo bist du? Ich war... Oh, ich bin in der Lava. Ich habe ihn reingeschossen. Nein. Was ist das denn? Kata, pass auf. Bennis da. Und Alina ist auch da. Pass auf, Kata. Du bist drüben. Du bist drüben. Die sind so klein. Der gehört zu uns. Weg. Halt dich dann. Ich brauche Blöcke. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss... Oh Gott. Das sind viel zu viele. Sie greifen mich selber. Ich helfe denen. Weg mit dir, Alina. Ab in die Lava. Ich habe gerade nie Lina geklirrt. Das tut mir leid. Die ganze Lina rennt in mir her. Okay, ich gehe mal rüber. Wo bist du denn? Oh. Oh mein Gott. Was habt ihr denn für eine Base gebaut? Ihr seht alle gleich aus. Es sind viel zu viele hier. Es sind viel zu viele. Ja, okay. Hier ist alles voll. Oh mein Gott. Ich habe keine Blöcke, Lina. Warum Blöcke? Ich komme nur zu meiner eigenen Base. Ja, dann brauchen wir deinen Block nicht. Ich komme nicht nur zu unserer eigenen Base. Bist du auch der Kater? Also, hast du Minen dabei? Sonst können wir den Minen drücken. Ich habe leider keine Minen. Aber das sind viel zu viele. Alter, sind das Miene. Oh mein Gott. Hilfe, Leute. Minen werden jetzt echt sehr, sehr, sehr gut. Oder Lava oder so. Warte, hier ist Lava sogar. Oh. Oh, lauf einfach rein. Ja, ich bin drin. Nein, nein, nein. Lauf die her. Ach, das sind so viele. Die passen gar nicht alle in die Lava. Ja, ich merke das schon. Das sind viel zu viele. So. Oh, da ist Ben. Komm, Ben. Ich krieg dich. Oh, no. Oh, oh. Oh Gott. Hilfe. Ich höre, wie sie alle verbrennen. Das ist schön. Oh Gott. Ich glaube, wir haben komplett übertrieben mit den NPCs. Das sind viel zu viele. Vor allem unsere Colorado da hinten. Was hier los ist? Die beiden haben keinen Bock mehr. Ich bin aus der Arena gefallen. Hat der Rückstoß der Bogen? Ja, ja, der Rückstoß. Der Bogen fliegt dir immer so weit. Oh, Hilfe. Elina, was war das denn? Ich krieg dich. Oh Gott, das sind so viele. So viele NPCs. Mann, greif mich schon wieder. Was soll das? Hilfe. Ich habe gar keine Chance. Gott, oh Gott. Ich geh auf Elina. Ich muss unsere befreien. Ich hole unsere. Ja, stimmt. Ja, ja. Grab unsere frei. Ich krieg dich hier, Elina. Oh Gott. Error. Es sind viel zu viele. Ich komme nicht mal nicht ran hier. Okay. Ich glaube, jetzt kommen unsere. Passt auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh. Kommen unsere jetzt? Ja. Oha. Jetzt kommen unsere. So, ich geh jetzt mal hier ins Haus rein. So, tschüss Leute. Oh, nicht in die Lava. Nicht in die Lava. Nein, ich bin reingefallen. Nein, ich bin die ganze Zeit hier rumgeschubst. Ich komme nicht zu euch rein. Hilfe. Jetzt greifen mich deine auch an und meine greifen mich auch an. Jetzt greift mich einfach alles an. Ich komme nicht mal in die Tür. Ich bin in die Tür. Oh, zum Glück. Okay, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Unsere sollen rein. Oh Mann. Oh, das sind viel zu viele. Wir haben ja gar keine Chance hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Was, sind unsere noch da eigentlich? Ja, ja, warte. Geh mal auf die andere Seite. Geh mal auf. Oh, ich werde die ganze Zeit rumgeschubst hier. Hallo, Nina. Hi. Weg mit dir. Tschüss. Gott, du musst mir helfen. Ich schaffe das nicht. Nein. Ey, wo bist du denn? Warte. Dankeschön. Wir laufen gerade für 200 hinterher. Oh, das bist du? Das ist ja du, Gata. Oh, nein. Die fallen alle in die Lava. Was ist denn hier los? Jetzt auf, Ben. Ben, du kommst hier nicht mehr raus. Du bleibst hier für immer drin. Oh je. Nein. Oh, du hast sie. Sehr gut. Komm, Gata, wir kriegen ihn. Attacke. Warte, geh auch mit dem Bogen drauf. Ihr macht die ganze Zeit. Ich spamm die ganze Zeit. Wie fährst du denn aus? Das gibt's doch gar nicht. Nein, jetzt rät er weg. Ja, ja. Komm, jetzt schlagen wir beide auf. Wie wir kriegen ihn jetzt. Könnte wohl etwas schwierig werden zu gewinnen. Zack, 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 zack. Gata, Attacke. Mein Seh, das ist wie ein Feuer, ey. Das ist ja... Oh. Und? Er ist wieder gleich in der Lava. Oh. Oh je. Oh nein, ich brenne jetzt auch. Ja, ja. Jelina, ich gebe alles, aber ich glaube, das wird nichts. Wir schaffen das. Nein, Gata. Ich bin jetzt... Oh, Ben ist auch in der Lava. Nein, Endo, Gold und Apfel. Oh nein. Nein. Ja, ich hab ihn. Nice. Das war richtig, richtig cool. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei, bei der lieben Elina und bei dem lieben Dr. Banks. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.